Hallo und grüß euch ihr Gfundenen da draußen und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend und die Nacht. Willkommen, willkommen. Heute ist der 19. Dezember 2023, nicht 3000, das führt manchmal zu Verwirrung. Nichtsdestotrotz öffnen wir die Nummer 19, weil wir da sehr gut sind. Und da haben wir etwas drinnen, eine Satellitenschüssel. Ja, kennt man. So, ganz kurz. Und ja, Printman sorgt dafür, dass das Fernsehen heimkommt. Genau. Und wenn wir jetzt getreu dem sind, müssten wir das in die Nähe von der Wookie Village herstellen. Wookie Village? Die brauchen ja auch einen Fernsehanschluss. der so groß ist wie die Stadt selber. Ja. Und was magst du als Ewok? Nein, das ist natürlich ein Geschütz aus Hotman, wo es ein bisschen gut ist. Ja. Wobei, ich hätte jetzt da, nein, ich hätte jetzt da gar nicht Hoff gesagt, ich hätte jetzt da, eben wegen die Grünen, deswegen habe ich es auch zu Ewok Village dazugeben, ich hätte jetzt da gesagt, die sind ja auch auf, auf, na. Das ist wirklich die Empfangsschüssel, das ist die Empfangs... Von Episode 6. Ja, für den Defektor, für den Schutzschild, die werden um den Todesstern. Mhm. Und wird ja auch dann eingenommen. Beziehungsweise ja auch, genau. Die sind gesprengt. Diese Geschütze aus Episode 5 schauen ähnlich aus, die haben auch so eine schüsselförmige Konstruktion, sind halt aber natürlich auf den Erdboden gerichtet. Ja, da ist völlig recht. Also, möglich. Ich habe ja nur halt gedacht, eben wegen Grün, das dazugehört. Und das ist auch die, einer der versteckten Hintergründe hinter diesem Format, zum fröhlichen Figurenraten, woher bin ich? Legoland. Legoland. Legoland und Legolas. Gerade wollte ich sagen, was auf Legolas mit Legoland zu tun. Das ist der Foto. Gut. Ja, insofern riechisch schmeckt mir, fühlen wir uns morgen wieder. Morgen geht es auf die heiße 20 zu. Da freuen wir uns drauf. Also, ich freue mich drauf. Bittmann. Ja. Absolut fantastisch. Schon, oder? Ja. Hätte ich auch gesagt. Grösse. Und. Tudelü. Miau.